Damals, Dezember 1996 Denn ohne Liebe ist man angeschmiert, verkündete Schaumus Fitzpatrick, Fitz, seinen Freunden und seinem Publikum. Erin fühlte, wie Dom ihre Hand drückte und folgte seinem nervösen Blick über den Tisch. Als sie die geschürzten Lippen ihrer frisch gebackenen Schwiegermutter bemerkte, sah sie weg und konzentrierte sich stattdessen auf einen nassen Ringabdruck auf der Papiertischdecke. In Irland haben wir einen anderen Ausdruck dafür, also für angeschmiert. Aber andere Länder, andere Sitten nicht? Fitz lachte, was jedoch leise und unsicher klang. Sie schluckte angestrengt, während seine Stimme den kleinen Raum ausfüllte. Es war ein kleines Separi für private Feiern hinten in The King's Arms direkt gegenüber vom Standesamt. Nicht die Art Räumlichkeit, in der sie sich ausgemalt hatte, ihre Hochzeit zu feiern. Erin strich sich mit einer Hand über den Bauch, als sie eine inzwischen vertraute Angst beschlich. Sie hatten sich lange genug erkannt, um ein menschliches Wesen zu erschaffen, das in ihr strampelte, doch nicht lange genug, um ein gemeinsames Lied zu haben. Einzig Doms Hand auf ihrer vertrieb ihre Zweifel und erinnerte sie daran, dass sie das Wichtigste richtig gemacht hatte. Dominic Carta war ein Prinz unter den Männern. Denn ohne Liebe, fuhr ihr Vater fort, hat man nur zwei Leute, die durchs Leben wandern wie durch ein Tal, ein Tal der Tränen. Sie widerstand den Impuls, an seinem Ärmel zu zupfen und flehte im Geiste ihre Mutter an. Mach, dass er sich hinsetzt, Mom, bitte. Deshalb erfüllt es mich mit Freude. Sie blickte auf und verzog das Gesicht, denn Fitz fing an zu weinen. Es erfüllt mich mit Freude, brachte er schniefend hervor, zu sehen, dass ihr beide euch wirklich liebt. Lasst mich euch sagen, er schaute sie und Dom über den Rand seiner ovalen Metallgestellbrille an. Haltet an dieser Liebe fest und ihr werdet ein fantastisches Leben haben. Erins Mundwinkel zuckten bei ihrem Versuch zu lächeln. Und jetzt erheben wir die Gläser auf das Brautpaar. Ich wünsche euch beiden Gesundheit, Glück und eine Familie, die euch liebt und euch Halt gibt. Danke, Dad. Sie berührte seinen Arm in dem neuen, schlecht geschnittenen Anzug, als er sich hinsetzte. Deine Mom wäre heute so stolz auf dich, erklärte er lächelnd. Danke, Dad, wiederholte Erin und starrte auf ihren Babybauch. Unmöglich hätte sie diese Kugel mit irgendwas verbergen können und sowieso wusste hier jeder Bescheid. War es in Ordnung? fragte Fitz. Sie versicherte ihrem Vater, dass seine Rede wunderbar gewesen war, während sie wieder einmal über den runden Tisch zu ihren Schwiegereltern blickte. Sophie sammelte imaginäre Krümel vom Tisch. Gérard lächelte und nickte verhalten in Erins Richtung. Ich verschwinde mal kurz, sagte sie leise, bevor sie nach hinten zu dem Korridor lief, der zu den Toiletten führte. Als sie gerade um die Ecke biegen wollte, ließ eine bekannte Stimme sie abrupt stehen bleiben. Sie ist schamlos! Reflexartig wanderte Erins Hand schützend vor ihren Bauch. Jede Faser in ihr schrie, dass sie sich umdrehen sollte, dass sie nicht lauschen durfte. Doch ihre Füße waren wie mit dem schmutzigen Teppichboden verwurzelt. Du bist müde. Wir gehen bald. Bevormunde mich nicht, Gérard! Ich bin nicht müde. Ich kann das Mädchen einfach nicht leiden! Das Mädchen, wie du sie nennst, ist mit unserem Enkelkind schwanger. Und sprich leiser. Erin drängte sich an die Wand. Sie schloss die Augen und wünschte sich, unsichtbar zu sein. Tut sie das? Stieß Sophie fauchend hervor. Das wissen wir nicht, oder? Und er ist zu verknallt, als dass es ihn kümmert. Hör auf, erwiderte ihr Mann. Wenn du gehen willst, tun wir das. Aber dies ist weder die Zeit noch der Ort, eine Szene zu machen. Sie sollte hinlaufen, sagte Erin sich. Einfach den schmalen, matschbraunen Korridor entlang marschieren und langsam an ihnen vorbei ihre Babykugel vorführen. Stattdessen flehte sie, ihre Blase an durchzuhalten, wich zurück in den Raum und mischte sich unter ihre Freunde, so gut sie konnte. Du siehst aus wie ein Engel, flüsterte Lydia. Göttlich, stimmte Hannah ihr zu. Und Sophie im Auge behaltend, die aus dem Korridor kam, lachte Erin. Als sie gingen, bildeten alle ein Spalier zu einer schrägen musikalischen Version von Here Comes the Bride. Erst als Dom sie unter dem Spalier und vorbei Ann Fitz und ihrem Bruder Rob entlang führte, entdeckte sie Sophie ganz am Rand. Sicher wartete sie darauf, ihrem Sohn zuzuflüstern, dass er immer ein Zuhause hätte, sollte er es sich anders überlegen. Erin duckte sich tief. Dom würde es sich nicht anders überlegen. Er liebte sie. Seit sie ihm von dem Baby erzählt hatte, hatte er nicht aufgehört zu lächeln. Und obwohl sie ihn nie gefragt und es auch nicht von ihm erwartet hatte, bat Dom sie wenige Tage nach der Nachricht, ihn zu heiraten. Dom hatte sie geheiratet. Weil er sie liebte. Im Wagen fröstelten sie beide. Dom griff ihn über und rieb sanft mit den Händen über ihre Armer. Wer heiratet denn bloß im Dezember? fragte er lachend. Gut, schaffen wir dich nach Hause und ins Bett. Für einen Moment schloss sie die Augen, um sich diese Szene einzuprägen. Seinen Wunsch, sie zu wärmen und zurück in Sicherheit zu bringen. Mit 27 sollte Doms Hochzeitsnacht Flitterwochensex vorsehen. Jede Menge. Ein Teil von ihr wollte sich entschuldigen. Nicht nur für die Hochzeitsnacht, die ausfallen würde, sondern für alles. Für das ganze, Junge trifft Mädchen, erfährt sieben Monate später, dass sie schwanger ist und heiratet sie fünf Monate danach. Der Begriff Blitzhochzeit braucht es nur ungefähr. Er schob eine Hand in ihren Mantel und drückte ihr Knie, das nur von der dünnen, hautfarbenen Strumpfhose verhüllt war, die sie zu ihrem kurzen Spitzenkleid trug. Mehr denn je, erklärte er. Sie lachte. Woher weißt du, was ich dich fragen wollte? Weil ich deine Gedanken lesen kann. Außerdem fragst du mich jeden Abend, ob ich glücklich bin. Minuten später parkte er den Wagen direkt vor dem Haus, in dem sie wohnten. In der Hawthorne Avenue hatten zu viktorianischen Zeiten einzelne Familien die großen Häuser bewohnt, vornehme Leute, von denen Erin sich oft ausmalte, dass ihre Geister noch durch die Zimmer wanderten. Heute war die Nummer 27, wie die meisten anderen Häuser auch, in drei Wohnungen unterteilt. Dom und sie wohnten im Erdgeschoss, wo die Räume hohe Decken hatten und sie Zugang zu ihrem eigenen Garten. Obwohl Gérard und Sophie Carter ihre Vermieter waren, wohnte Erin sehr gern hier. Sie mochte den Originalstuck an den Wänden und Decken, den gemauerten Kamin im Wohnzimmer, die Bilderleiste in ihrem Schlafzimmer und die alten knarrenden Holzdielen, bei denen jede einzelne Fuge mit Jahren von Geschichte gefüllt war. Da sie in einem klassischen Reihenhaus aus den 60ern aufgewachsen war, das ihre Eltern mit einem Kredit von der Gemeinde gekauft hatten, liebte Erin es in diesem Gebäude, Geschichte fühlen zu können. »Na denn«, sagte Dom, legte einen Arm um sie und verriegelte den Wagen mit der Fernbedienung. »Wie machen wir das?«, fragte er, während sie sich der Haustür näherten. »Ist das hier die Schwelle oder die an unserer Wohnungstür?« »Dom, nicht, das ist zu peinlich, ich bin zu...« Bevor sie den Satz beenden konnte, hatte er ihr die Autoschlüssel in die Hand gedrückt und sie hochgehoben. Mit einem Arm unter ihrem Rücken und einem unter ihren Knien trug er sie und öffnete lachend die Tür. »Das reicht«, rief sie. »Nein, wir müssen die andere auch noch schaffen, für alle Fälle, sonst bringt es vielleicht Unglück.« In der Wohnung ließ er Aaron wieder herunter. Und während Dom einen verletzten Rücken vorspielte, sich auf dem harten Holzboden herumrollte und mit der Hand gegen ihren anderthalb Meter hohen Plastikbaum mit den roten und grünen Kugeln stieß, ruhte Aarons eine Hand auf dem sich bewegenden Baby. Es lachte ebenfalls. Demzufolge, was Aaron über das Thema gelesen hatte, war dies die Art, wie die Natur sie vorbereitete. Aber Aaron war es leid, müde zu sein, nachts nicht schlafen zu können und es mit kurzen Nickerchen tagsüber ausgleichen zu müssen. Ihre leere Teetasse von heute Morgen, als sie noch unverheiratet gewesen war, stand kopfüber auf dem Abtropfgestell. Sie setzte sich oben an den Tisch. Massive Eiche, im Landhausstil, mit gedrechselten Beinen und einer Besteckschublade an einer Seite. Er war ein Geschenk der Carter-Familie. Aaron strich mit der Hand über die Geschenke. Es gab nur eines in dem großen Berg, das sie zu gerne öffnen würde und von dem sie wusste, es würde Dom nicht stören, sollte sie es als erste sehen. Fitz hatte es in altes Zeitungspapier eingewickelt und mit einer blauen Schleife verpackt. Die Verpackung war flach und in ihr, mit Schichten von Seidenpapier eingeschlagen, lag ein ledergebundenes Notizbuch. Weiches Napperleder in Bitterschokoladenbraun mit einer Lasche zum Öffnen wie bei einem Briefumschlag. An der Spitze der Lasche war ein dünnes Lederband zum Verschnüren des Buches angebracht. Aaron hob das Buch an und stellte fest, dass es leichter war, als sie gedacht hätte. Mit dem Zeigefinger malte sie die geprägten Worte auf dem Einband nach. Was bin ich? Ich bin das Buch der Liebe, die Seiten der Wahrheit mit ihrem Licht und ihrem Schatten. Ich bin die Liebe und wenn ich echt bin, werde ich nie verblassen. Als sie es aufschlug, fiel eine Karte heraus und landete mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch. Dort sah sie die Handschrift ihres Vaters. Aaron und Dom, eure Mutter und ich haben solch ein Buch früher geführt. Ich schwöre, dass es uns vor manch schwierigen Zeiten bewahrt hat, also ist dies eine geliehene Geschenkidee. Ich hoffe, ihr werdet es so benutzen, wie wir es getan haben, um miteinander zu reden, um aufzuschreiben, was immer ihr nicht über die Lippen bringt. In den kommenden Jahren wird dieses Buch ein Ort sein, zu dem ihr zurückblicken und in dem ihr von Dingen lesen könnt, die zu verstehen ihr vielleicht zu jung oder zu naiv wart. Es gibt nur zwei Regeln. Die erste lautet, macht es nicht zu oft, dies ist ein Weg, über schwierige Sachen zu sprechen, nicht der einzige, um sie zu erwähnen. Und die zweite ist, wenn ihr etwas schreibt, beginnt und endet mit liebenden Worten wie meine liebste Aaron, mein liebster Dom, etc. und schließt immer, immer mit einer Erinnerung daran, dass ihr euch liebt und warum. Zum Beispiel, ich liebe dich, weil... Aaron fand die Geschenkidee nett, dennoch legte sie das Buch kopfschüttelnd zurück in die Schachtel. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es jemals eine Zeit geben würde, in der Dom und sie nicht einfach offen aussprachen, was sie wollten. Das Geräusch von tapsenden Füßen bewirkte, dass sie sich umdrehte. Komm ins Bett, Schatz. Dom hatte eine gestreifte Pyjama-Hose an, aber einen nackten Oberkörper und trieb sich die Augen. Ich kann nicht schlafen. Er legte von hinten die Arme um sie. Es ist drei Uhr nachts, sagte er gähnt. Was ist denn der Schachtel? Ein Geschenk von meinem Dad. Dom zog sich einen Stuhl neben sie, trank einen Schluck aus ihrem Becher und schnitt eine Grimasse. Kein Wunder, dass du nicht schlafen kannst. Das Zeug ist pulverisierter Mist. Er deutete mit dem Kopf auf das Geschenk. Also, was ist das? Ist egal. Nur eine von Dads verrückten Ideen. Dom nahm ihre Hand. Erinnerst du dich, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind, Mrs. Carter? Leise lachte sie. Es ist erst ein Jahr her, natürlich. Auf Lodiers Silvesterparty. Als ich dich zum ersten Mal sah, hast du getanzt mit all deinen 1,75. Er streichelte die feinen Herrchen an ihrem Arm. Du hast dieses komische Hippie-Schwingen gemacht, wobei du all deine langen Lieder geschwenkt hast. Du hast mich Baummädchen genannt und ich hasste dich. Du fandest mich scharf. Vielleicht ein bisschen. Aber ich habe den Spitznamen gehasst. Ich wusste genau in diesem Moment, dass ich dich heiraten würde. Wusstest du nicht? Oh, doch. Aaron umfing sein stoppliges Kinn mit den Händen und konzentrierte sich auf die bernsteinfarbenen Sprenkel in seinen braunen Augen. Ehrlich? Ehrlich, er nickte. Sie blickte zurück zur Schachtel. Denkst du, dass wir immer so miteinander reden können? Wie jetzt? Einfach ausspucken, was uns durch den Kopf geht? Klar. Solange es nicht jedes Mal drei Uhr morgens sein muss. Es war ein langer Tag, Schatz. Kommst du wieder ins Bett? Leise seufzte Aaron, stand mit ihm auf und hackte sich bei ihm ein. Ihr war klar, dass er nicht wieder einschlafen würde, wenn sie es nicht versuchte. Sekunden nachdem sie im Bett lagen, fröstelte Aaron unter der kalten Decke. Sie rollte sich zusammen und schmiegte sich dankbar in der Löffelchenstellung an Dom. Prompt fühlte sie, wie sein Körper ihren wärmte, wie sein ruhiger Geist ihren besänftigte, wie seine Liebe aus jeder seiner Poren in sie hineinströmte, um sie zu erfüllen. Im schwachen Licht, das durch die Jalousien hereinfiel, sah sie den Ringfinger seiner linken Hand. Anstelle eines Rings hatte er dort Aaron Forever tätowiert. Seine Mutter hatte beinahe einen Herzinfarkt bekommen, als sie es sah. Aaron hatte es geliebt. Sie hatte kaum glauben können, dass irgendein Mann, vor allem nicht dieser, sich so zu ihr bekennen würde. Dieser Mann, der bei allem mit solch einer Leidenschaft dabei war. Sie drückte seine Hand. Mit der anderen Hand griff sie nach hinten und berührte seine Wange. Noch haftete ein schwacher Ledergeruch an ihren Fingern. Ich bin die Liebe, flüsterte sie. Du auch, sagte er leise. Lächelnd schloss sie die Augen.